Oder sollte es statt Hartz IV vielleicht demnächst ein Grundeinkommen geben, ein solidarisches, so wie es in der SPD gerade diskutiert wird? Was hält die Wirtschaft davon? Dazu begrüße ich Klaus Ruhe Matzen in Rostock. Er ist dort IHK-Präsident und außerdem Möbelunternehmer. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ja, der Wirtschaftsaufschwung, den wir in den vergangenen zehn Jahren erlebt haben, da sind sich alle einig, der ist auch den Arbeitsmarktreformen zu verdanken. Auch Hartz IV. Wäre es jetzt Zeit für eine Korrektur? Also ich glaube nicht, dass es direkt Zeit ist für eine Korrektur, aber es ist klar, es ist jetzt Zeit für eine Debatte. Wie und wo wollen wir ansetzen, damit wir der Zukunft gewappnet sind? Ist das denn die richtige Richtung, in die diese Debatte geht? Bedingungsloses Grundeinkommen noch nicht, aber geknüpft an gewisse Auflagen, ja, Arbeiten für die Kommune, was halten Sie davon? Also ich persönlich halte von der bedingungslosen Grundgehalt durchaus sehr viel, weil es Menschen ermöglicht, vielleicht eine kleine Firma zu gründen, ihren Lebenstraum zu leben und dabei nicht Angst vor ihrer Existenz zu haben. Der soziale Grundgehalt, ja, da müssen wir noch drüber reden, da muss schon die Qualifikation zu dem Angebot und Arbeit. Und wiederum darf die Arbeit, die ausgeführt wird, nicht in Konkurrenz zur Wirtschaft stehen. Also das ist ein bisschen komplizierter, glaube ich. Aber über dieses Grundeinkommen, das Solidarische, redet ja im Moment die SPD gerade. Was würden denn Ihre Mitgliedsbetriebe dazu sagen, wenn auf einmal jemand auftaucht im kommunalen Beet und dort rumhackt und dafür ein Geld vom Staat bekommt? Also ich, davon halte ich überhaupt nichts und ich vermute meine Mitglieder auch nicht. Letztendlich ist es so, Wirtschaft ist da, um zu wirtschaften und Verwaltung, Kommunen, Gemeinden sind da, um zu regieren und verwalten und nicht um Wirtschaft zu machen und auch nicht, um wirtschaftlich tätig zu sein. Daran sollten wir uns, glaube ich, alle halten. Ich bin nicht Regierung, ich bin Unternehmer und genauso andersrum. Also Sie würden ein Grundeinkommen ausreichen ohne Bedingungen am liebsten, habe ich es richtig verstanden? Das finde ich durchaus ein sehr positives Modell, über das man diskutieren könnte, weil es, wie gesagt, Menschen Möglichkeiten eröffnet, sich tätig zu sein. Es wird auch Menschen motivieren, die vielleicht heute keine Tätigkeit nachgehen, weil sie dann sagen, wenn ich was mache, dann möchte ich dafür auch belohnt werden. Heute ist es ja so, Sie erhalten eine Leistung und wenn Sie dann arbeiten gehen, wird das sofort abgezogen. Da wird natürlich kein Mensch ein bisschen was zusätzlich leisten. Kann ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern überhaupt jemals in die Lage kommen, allen einen adäquaten Job anbieten zu können? Wir haben ja immer die rote Laterne im Bundesvergleich. Ich glaube, es ist auch letztendlich Utopie davon zu sprechen, dass jeder am Ende eine Arbeit hat. Darauf zielt möglicherweise das Modell. Ich glaube, zukünftig ist es eher so, dass wir statt Recht auf Arbeit, Recht auf Freizeit diskutieren müssen. Dass die Möglichkeit da besteht, dass man auch ein bisschen Freiheit hat. Für jeden eine Arbeit ist echt ganz schwierig, weil letztendlich muss ja auch Qualifikation zur Aufgabe übereinstimmend sein. Deswegen wird es immer ganz, ganz, ganz schwer, einen kompletten Match zu bekommen. Ein Recht auf Freiheit. Der Däne Klaus Ruhe Matzen, IHK-Präsident in Rostock, ist da schon etwas weiter. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Vielen Dank.